Mein Schiff, mein Schiff! Sie haben noch Zeit. Ihr Schiff liegt in Quarantäne. Unter der Mannschaft ist Tifus ausgebrochen. Dann bleibt sie ja bei uns. Ja, mindestens eine Woche. Das Wochenende ist gerettet! Ihnen war in Honolulu der Boden zu heiß geworden. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Das wissen Sie ganz genau. Sie sind eine Prostituierte. Sie taught school in Kansas City, she was cold and rather drast. So at all the local parties, she was not the one they'd grab. But she read a book and then came the transformation. She announced one night, two people's consternation. The heat is on. The heat is on. You better not get near my lips tonight. I've got a kiss like a flame.